Also wir sind jetzt hiermit fertig. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Es war echt total toll. Wirklich, vielen Dank, vielen Dank. Es ist jetzt schön, dass wir heute mit dem Dreh haben. Es ist der letzte Teil des Videos, das Finale sozusagen, wo wir dann auch auf der Wiese in die Freiheit strömen. Und wir haben jetzt noch einen zweiten Drehtag vor uns und wir denken ungefähr, das Video wird so in einem Monat ungefähr fertig sein. Schaut einfach mal auf unsere Seite drauf, da gibt es dann auch auf jeden Fall Informationen zu. Aber auf jeden Fall echt cool, dass ihr so viel gekommen seid und so zahlreich. Da war es total super.